Ich habe Hunger. Was hast du zum Essen? Heute habe ich kein Essen, weil meine Mutti Lebensmittel nicht gekauft hat. Lame. Wo können wir etwas zu essen? Chipotle? Natürlich! Ich liebe ihre Burritos. Das schmeckten sehr lecker, aber ich habe nur 3 Dollar vielleicht. Ich auch. Habe ich kein Geld. Wir sollen eine Mutter anrufen. Er hat viel Geld und wird für uns Chipotle kaufen. Warte. Wir haben kein Auto. Mein ist kaputt. Es muss in Geräse bleiben, obwohl es wird explodieren. Sehr traurig. Und ich habe keine Führerschein, weil ich sehr blöd bin. Ich denke, wir könnten meinen Bruder um Fahrt zu fragen. Er ist Mechaniker. Hallo, mein schöner Freund. Wo steht das Auto? Wie ist es? Es ist nicht so gut. Sie haben ein paar Platen und sie müssen das Oil wechseln. Wie viel kostet das? 3 Dollar für Oil und noch 2 für neue Reifen. Mensch, wir haben nur 3 Dollar. 3 Dollar. Das geht. Ich habe einen Plan. Nur das Oil, bitte. Das Kring. Das Kring. Hallo. Tut mir leid, aber Chase und ich sind ein bisschen spät dran. Ach nein. Was ist los? Wir haben eine kleine Schwerkeit mit dem Auto. Wann glaubst du, dass du mich bekommst? Ich bin ausgehungert. In etwa 15 Minuten, glaube ich. Okay. Bis später. Tschüss. Tschüss. Stare it on the ground. Chase? Was machst du denn? Ich lasse diesen Reifen auf meinem Weißer auf. Es ist kostenlos auch. Okay. Es gibt keine Möglichkeit, dass das funktioniert. Aber beeil dich sowieso. Weil ihr reichest. Oh. Du. Du hast. Du hast mich. 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 Ich denke, dass ich krank werde. Ich muss an die Seite fahren. Übergebe dich nicht in meinem Auto. Nicht in meinem Auto. Du hast mich. Du hast mich. Bei mir ist ein schlechtes Idee. Ich denke, dass ich aufs Durchfall habe. Nee! Geh in die Scheine! Wo? Wo seid ihr? Auf seinem Bauernhof. Mensch, ich bin nicht da. Geh zu Chipotle. Ja, wo steht Chipotle? An der Ecke von Adams und Walton. Okay. Wir können spät ankommen, weil Chase krank ist. Hä? Mensch, können wir die Siege haben? Nee! Womit können wir sie machen? Milch bekommen, grazen und doppel Spaß machen! Nee! Das ist ein gutes Idee. Hallo, können wir die Siege haben? Ziege? Warum möchtest du eine Ziege? Weil es toll ist! Ich habe keine Ziege. Sie gehört zu meinem berührten Nachbar. Renn schnell weg! Scheide! Tschüss! Wir müssen gehen! Warum? Das ist ein gestohlen Sieger! Du bist ein Verbrecher! Wir müssen uns den Staub machen! vasken! Welche, du bist ein Verbrecher! Skyen, Yaiten time! Zeit, that is. Do walk by it! Just like Mish! Okay.